Mit Freude präsentiert Ihnen das FBR Maklerkontor dieses stilvolle Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe. Die Immobilie wurde im Jahr 2005 in Massivbauweise hochwertig errichtet und besticht durch ihre ruhige Lage in einer Anwohnerstraße. Bei diesem Objekt handelt es sich um eine extrem energieeffiziente Immobilie in moderner Bauweise. Über eine gepflasterte Zuwägung seitlich der Immobilie gelangen Sie zum Eingangsbereich. Im großzügigen Erdgeschoss befinden sich das Badezimmer in Top-Ausstattung, das Gäste-WC, das geräumige Wohnzimmer mit Kamin- und Essbereich, ein Kinderzimmer sowie ein Gästezimmer und die moderne Küche mit Zugang zur überdachten Terrasse. Des Weiteren ein praktischer Hauswirtschaftsraum mit separatem Ausgang zum Carport. Eingekaufte Vorräte können somit wettergeschützt in das Haus gebracht werden. Über eine schicke Holztreppe im Eingangsbereich gelangen Sie in das Obergeschoss. Hier befinden sich drei weitere Zimmer sowie ein Duschbad. Ein Highlight sind die in den Wänden eingebauten LED-Spots, welche getrennt voneinander schaltbar und dimmbar sind. Große Fensterfronten sorgen für reichlich Tageslichteinfall und helle, freundliche Räume. Die gemütliche Atmosphäre dieses schönen Hauses bietet viel luxuriöses Ambiente. Die Terrasse und das gepflegte Grundstück laden zu entspannten Abendstunden mit Familie und Freunden ein. Im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung stellen wir Ihnen diese attraktive Immobilie gern näher vor und bieten Ihnen im Vorfeld die Möglichkeit der virtuellen Besichtigung des Hauses. Wenn Sie eine eigene Immobilie verkaufen wollen, helfen wir Ihnen gern bei der Einwertung und Vermarktung zum attraktiven Kaufpreis. Das Angebot zur Immobilie sowie weitere interessante Links finden Sie in der Videobeschreibung. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, denn hier präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Immobilienportalen